Überprüfung einer internen Leckage Vor jeder Manipulation an der Anlage, respektive am Liftregelventil, sind die Sicherheitsvorschriften und Vorkehrungen zu beachten. Dabei gilt es, sämtliche Hinweise und Angaben der dazugehörenden Dokumentation zu befolgen. Kugelhahn schließen Sicherstellen, dass Öl-, Raum- und Gehäuse-Temperatur des Liftregelventils gleich sind. Temperaturschwankungen des Öls um 1 Grad Celsius können eine Druckschwankung von bis zu 10 Bar verursachen. Druck mit der Handpumpe auf 200% des maximalen statischen Druckes erhöhen. Dieser ist dem Prüfzertifikat zu entnehmen. Für die Druckanzeige steht das Manometer, die Anzeige am Handterminal oder die Software iWIN zur Verfügung. Circa eine Minute warten, bis sich O-Ringe und eventuell vorhandene Luftpolster gesetzt haben. Falls der Druck bereits etwas absinkt, ist dieser wieder auf 200% der Volllast zu erhöhen. Druck am Manometer muss 5 Minuten gehalten und beobachtet werden. Sollte der aufgebaute Druck innerhalb dieser Zeit um die Hälfte abfallen, ist eine interne Leckage vorhanden, welche lokalisiert werden muss. Grundsätzlich empfiehlt es sich vor Beginn weiterer Prüfungen, respektive Reparaturmaßnahmen, den Notablass zu spülen. Dazu muss während einer Aufwärtsfahrt die Handpumpe mehrmals nach unten gedrückt werden. Beim i500 während einer Aufwärtsfahrt den Notablass mehrmals betätigen. Um die Behebung einer internen Leckage einfacher und schneller zu gestalten, empfehlen wir die benötigten Ersatzteile bereitzuhalten. Hierzu bietet der Ersatzteilkoffer von Bucher Hydraulics perfekte Unterstützung. Für die Lokalisierung der internen Leckage sind Prüfungen in folgender Reihenfolge notwendig. Notablass Handpumpeneinsatz, Wegeventil, RSVQ-Kolben, A3-Pilot. Untertitelung des ZDF für funk, 2017